Häufige Probleme mit dem Motorola Moto G73 und wie man sie behebt. Hallo, meine lieben Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind bei guter Gesundheit und heute in der glücklichsten Verfassung. Ich habe ein wichtiges Video mit Ihnen, das die häufigsten Probleme des Motorola Moto G73 Telefons zeigt und wie Sie behoben werden können Sie. Ich hoffe, es gefällt euch, aber bevor ihr es euch anseht, abonniert den Kanal, damit ich euch alles Neue präsentieren kann, und jetzt lasst uns das Video verfolgen. Netzwerkproblem beheben Lösungen Schalten Sie den Flugzeugmodus für einige Sekunden ein und aus. Versuchen Sie, Ihre SIM-Karte für einige Zeit auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät im abgesicherten Modus überprüfen. Dies ist eine umfassende Anleitung. Sobald Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts zurückgesetzt haben, aktualisieren Sie außerdem die Software auf die neueste Version. Wenn Ihr Problem nicht behoben ist, besteht die letzte Möglichkeit darin, Ihr Motorola Moto G73 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Problem Motorola Moto G73 Überhitzungsproblem Überhitzungsproblem beheben Wenn Sie Spiel spielen oder Funktionen oder Apps verwenden, die viel Strom benötigen, entlädt Ihr Telefon auch schnell den Akku, was dazu führen kann, dass Ihr Telefon vorübergehend heiß und warm wird. Lösungen Wenn Sie Wi-Fi, GPS, Bluetooth und andere Verbindungsoptionen nicht verwenden, schalten Sie sie aus. Deaktivieren Sie die automatische Helligkeit und verringern Sie die Bildschirmhelligkeit. Löschen Sie alle Apps, die Sie nicht verwenden. Deinstellieren Sie nicht benötigte Apps, die auf dem Telefon installiert sind. Überprüfen Sie Ihr Gerät im abgesicherten Modus. Aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version, falls verfügbar. Wenn Sie alle oben genannten Schritte befolgt haben und Ihr Problem immer noch nicht behoben ist, besteht Ihre letzte Option darin, Ihr Motorola Moto G73 weich zurückzusetzen. Problem Träger oder träge Benutzeroberfläche auf Motorola Moto G73 Lösungen Entfernen Sie die App, die Sie nicht verwenden, von der Registerkarte zuletzt verwendet. Starten Sie Ihr Motorola Moto G73 einmal neu. Dadurch werden unnötige Prozesse geschlossen, die im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn der Batteriesparmodus in Ihrem Telefon aktiviert ist, schalten Sie ihn aus. Spielen Sie keine Spiele und öffnen Sie keine Anwendungen, während das Telefon aufgeladen wird. Löschen Sie die System-Cache-Partition auf dem Motorola Moto G73 Haben Sie immer noch Probleme mit dem Touchscreen? Wenn dies der Fall ist, besteht Ihre letzte Möglichkeit darin, Ihr Motorola Moto G73 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Problem Der Akku des Motorola Moto G73 entlädt sich schnell. Problem mit schneller Batterieentladung Viele Menschen sind mit diesem Problem konfrontiert, wenn sie auch mit dem Motorola Moto G73 Probleme mit dem Batterieverbrauch haben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem mit dem Batterieverbrauch auf dem Motorola Moto G73 zu beheben. Lösungen Deaktivieren Sie zunächst die automatische Helligkeit und reduzieren Sie die Helligkeit nach Bedarf. Stellen Sie sicher, dass Sie das minimale Bildschirm-Timeout auswählen. Gehen Sie zu Einstellungen Anzeige Bildschirm-Timeout Wählen Sie die minimale Bildschirmzeit, empfohlen 30 Sekunden. Energiesparmodus aktivieren Optimieren Sie alle Ihre Apps Problem Abs stürzen plötzlich auf dem Motorola Moto G73 ab. Seit der Einführung dieses Smartphones haben Benutzer des Motorola Moto G73 dieses Ab-Absturz-Problem. Keine Sorge, dieses Ab-Absturz-Problem tritt nicht nur auf Ihrem Motorola Moto G73 auf, sondern auch andere Smartphones zeigten diesen Fehler. Lösungen Setzen Sie zuerst die Apeinstellungen zurück. Gehen Sie dazu zu Einstellungen, Anwendungen, tippen Sie auf die drei Punkte Tippen Sie abschließend auf Apeinstellungen zurücksetzen. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Telefon ein neues Software-Update vorhanden ist, und installieren Sie es, wenn ein neues Software-Update verfügbar ist. Wenn Ihr Telefon aufgrund einer einzelnen App ein Problem hat, können Sie zu Einstellungen-Apps gehen, diese App auswählen und dann Ihre Daten und Ihren Cache löschen. Starten Sie Ihr Gerät einmal neu, nachdem Sie alle diese Schritte ausgeführt haben. Problem Probleme mit dem Touchscreen des Motorola Moto G73 Probleme mit dem Touchscreen Wenn Sie mit langsamen oder nicht reagierenden Touchscreen-Problemen auf Ihrem Motorola Moto G73 konfrontiert sind, habe ich unten einige schnelle Schritte aufgelistet, mit denen Sie Ihr Problem beheben können. Lösungen Starten Sie zunächst Ihr Gerät neu und prüfen Sie, ob Ihr Problem behoben ist. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Telefonbildschirm reinigen und reinigen. Entfernen Sie die alte Display-Schutzfolie Überprüfen Sie Ihr Motorola Moto G73 im abgesicherten Modus Löschen Sie die System-Cache-Partition des Telefons Haben Sie immer noch Probleme mit dem Touchscreen? Wenn dies der Fall ist, besteht Ihre letzte Möglichkeit darin, Ihr Motorola Moto G73 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Problem Fingerabdrucksensor funktioniert nicht im Motorola Moto G73 Der Fingerabdrucksensor funktioniert nicht. In verschiedenen Foren und Diskussionsseiten haben Benutzer des Motorola Moto G73 Probleme mit dem Fingerabdruckleser des Geräts gemeldet. Dieses Problem kann aus vielen Gründen auftreten, lassen Sie uns wissen, wie Sie dieses Problem lösen können. Lösungen Stellen Sie sicher, dass Sie denselben Finger verwenden, den Sie beim Einrichten des Fingerabdrucks verwendet haben. Dieses Problem wird auch durch einen fehlerhaften Fingerabdrucksensor Ihres Telefons verursacht. Überprüfen Sie, ob der Fingerabdrucksensor zerkratzt oder beschädigt ist. Entfernen Sie den alten Fingerabdruck auf dem Motorola Moto G73 und fügen Sie einen neuen hinzu. Gehen Sie zu Einstellungen Biometrie und Sicherheit Fingerabdrücke geben Sie Ihre alte PIN, Ihr Muster oder Ihr Passwort ein registrierter Fingerabdruck entfernen und tippen Sie erneut auf Entfernen neuen Fingerabdruck hinzufügen. Immer noch Probleme mit dem Fingerabdrucksensor? Wenn dies der Fall ist, können Sie die Cache-Partition des Telefons löschen. Problem, es können keine Textnachrichten auf dem Motorola Moto G73 gesendet werden. Behebung Textnachrichten können nicht gesendet werden. Lösungen Überprüfen Sie zunächst, ob die Nummer, an die Sie die Nachricht senden möchten, nicht gesperrt ist. Löschen Sie den Cache der Standard-Nachrichten ab Ihres Motorola Moto G73. Wenn Sie die alten Nachrichten nicht benötigen, löschen Sie sie. Starten Sie Ihr Motorola Moto G73 einmal neu und prüfen Sie, ob Ihr Problem behoben ist oder nicht. Schalten Sie den Flugmodus ein und wieder aus. Problem, auf dem Motorola Moto G73 können keine Anrufe getätigt und entgegengenommen werden. Beheben Sie das Telefonanruf-Problem. Lösungen Entfernen Sie die SIM-Karte aus Ihrem Telefon und legen Sie sie erneut ein, sobald Ihr Gerät neu gestartet wird. Wenn auf Ihrem Motorola Moto G73 ein neues Software-Update verfügbar ist, installieren Sie es. Überprüfen Sie, ob der Flugmodus in Ihrem Motorola Moto G73 aktiviert ist, und schalten Sie ihn aus, wenn er aktiviert ist. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen des Telefons zurück. Problem, Bluetooth funktioniert nicht in Motorola Moto G73? Beheben Sie Probleme mit Bluetooth, das nicht funktioniert. Oft wird Bluetooth aufgrund eines niedrigen Akkuladestands deaktiviert oder Bluetooth ist im Telefon nicht aktiviert. Lösungen Achten Sie darauf, nach neuen Software-Updates zu suchen. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet und Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist. Beide Telefone müssen sich in der Nähe befinden, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, also überprüfen Sie die Reichweite der Bluetooth-Verbindung. Starten Sie beide Geräte sofort neu. Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, setzen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts zurück. Problem, Mikrofon funktioniert nicht auf Motorola Moto G73. Mikrofon funktioniert nicht behoben. Lösungen Starten Sie zuerst das Telefon neu und nehmen Sie Audio auf, um zu überprüfen, ob das Mikrofon in Ordnung ist. Wenn Ihnen die Klangqualität des aufgenommenen Audios gefällt, dann ist das Mikrofon in Ordnung. Soweit Sie Ihr Telefon im abgesicherten Modus gestartet haben und Ihr Telefon-Mikrofon im abgesicherten Modus einwandfrei funktioniert, besteht das Problem darin, dass Sie eine dritte Anbieter-App heruntergeladen und dann da installiert haben. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Telefon kein neues Software-Update verfügbar ist, installieren Sie es, falls eines verfügbar ist. Wenn Ihr Problem nicht behoben ist, setzen Sie Ihr Motorola Moto G73 auf die Werkseinstellungen zurück. Problem, Motorola Moto G73 friert ständig ein oder stürzt ab. Wenn Ihr Motorola Moto G73 ständig einfriert oder abstürzt, sieht es wirklich schlecht und enttäuschend aus. Aber keine Sorge, um dieses Problem zu beheben, habe ich unten einige Schritte zur Fehlerbehebung beschrieben, die Ihnen helfen können, Ihr Problem zu beheben, ohne Ihr Telefon an ein Motorola Service Center zu senden. Lösungen Erzwingen Sie zunächst einen Neustart Ihres Motorola Moto G73. Halten Sie die Leise und die Ein-Schrägstrich-Austaste gleichzeitig einige Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Software-Version auf die neueste Version aktualisiert ist. Starten Sie Ihr Gerät einmal im abgesicherten Modus. Hier ist ein Hinweis. Wenn eine bestimmte App dieses Problem auf Ihrem Motorola Moto G73 verursacht, können Sie versuchen, den Cache und die Daten dieser Apps zu löschen. Gehen Sie zu Einstellungen Anwendungen Absturzanwendung auswählen Speicher Cache leeren und Daten löschen. Wenn Ihr Problem nicht behoben ist, setzen Sie Ihr Motorola Moto G73 auf die Werkseinstellungen zurück. Fehlerbehebungsschritte für Motorola Moto G73 Dies sind einfache Schritte zur Fehlerbehebung. Viele Probleme werden durch Ausprobieren gelöst. Sie werden sie sicherlich einmal ausprobieren. Führen Sie Ihr Gerät im abgesicherten Modus aus. Halten Sie zunächst die Ein-Aus-Taste und die Lautertaste gleichzeitig gedrückt. Dann sehen Sie ein Pop-Up, in dem Sie die Option zum Ausschalten einige Sekunden lang gedrückt halten müssen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, im abgesicherten Modus neu zu starten. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche OK, dann startet Ihr Telefon im abgesicherten Modus. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts zurück. Gehen Sie zuerst zu Einstellungen. Tippen Sie dann auf System. Klicken Sie auf Optionen zurücksetzen. Tippen Sie nun auf LAN, Mobiltelefon und Bluetooth zurücksetzen. Tippen Sie abschließend auf Einstellungen zurücksetzen und dann erneut auf Einstellungen zurücksetzen. Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Gehen Sie zuerst zur Einstellungen ab. Tippen Sie dann auf Systemoptionen zurücksetzen. Tippen Sie auf alle Daten löschen, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Tippen Sie nun auf alle Daten löschen und geben Sie dann die Bildschirmsperre Ihres Telefons ein. Tippen Sie abschließend auf alle Daten löschen. Am Ende des Videos bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass Sie die Probleme gelöst haben und sehen uns in einem neuen Video. Tippen Sie dann auf alle Daten löschen.